Was geht ab, Leute? Wir zocken wieder Tittetee mit der üblichen Bagage, und zwar mit Dalu und Maru und Fisk und Grants und Kunrad und Maxi und Schneels und Liquid und Julie. Hallo! Quack, quack! Können wir das schriftlich festhalten? Einmal, dass wir ne Bande sind. Ja, manchmal sind wir ne Bande, manchmal ne Bagage. Manchmal ein schrecklicher Hau. Hier, Julie, ich zeig dir mal eben mein Fahrrad. Sollte gleich irgendeiner in einer Explosion sterben, ist es Fisk. Oder McFly, oder McFly, oder McFly, oder ich. Explosion, ist auch immer Grandskill. Weil wahrscheinlich ist der Lift wieder präpariert mit ner Mikrowelle oben. Dann ist Nils zu... Dann wär's Kun dran. Das ist dein einziger Move, den du in den 800VG gebracht hast. Aber der war schon gut. Der einzige Move, wenn ich tot bin, ist Maru. Wenn ich jetzt noch hochfahren, da liegt ne Mikro. Nein, da liegt nicht mehr oben. Erstmal ne Disco hier werfen oben auf dem Silender. Schnell dahin gehen. Komm, geh fest. Der fasst runter. Ah, pass auf! Ich will dann ne Shotgun haben, wenn du tot bist. Ihr Kecken. Nils ist es. Er guckt mich an. Kun ran. Ah, nimmst du die Treppen. Mach ich immer so. Als ob er freiwillig die Treppen nimmt. Was bei uns der Fahrstuhl kaputt war, das war ne Horrorzeit. Deswegen hat er die neue Wohnung angemiedelt, ey. Ja. Falls das noch mal passiert. Falls das noch mal passiert. Fie ich um. Wieso machst du das, Kun ran? Ich fühl mich hier oben nicht wohl. Oh nein. Es ist Dalu gewesen, oder? Du hast mich doch mit dem Ding entwecken fest. Da oben ist auch scheiße. Aber ich hab Nils auch wegfliegen gesehen. Das war der Typ da drin. Achso, okay. Dann komm ich wieder hoch. Da hinten in diesem langen Geburtenhaus. Kun ran. Ich bin hier drin, ja? Ja, da kam ein Boomerang raus. Nein. Ach, das war ein Boomerang. Nein. Hier ist... Flog ein Boomerang. Ja, machen wir es jetzt wieder. Ich hab gesehen, was du in der Hand hattest. Da ist doch noch einer, die in der Dink fließt. Ich war auch mühge. Soll ich dich direkt machen? Das ist auch ein großer Müllkopf. Du bist hier. Also, wer... Ah, der ist ein... Der ist ein Teleporter, Junge. Ist Kun ran jetzt tot oder nicht? Nein. Der hat ein Teleporter gelandet. Nein. Nein, ist er nicht. Mein Fuß hängt da noch. Ich seh's gerade. Oh, Schatz. Ups. Was? Äh, Kunra muss sterben, oder nicht? Warum? Die Map ist echt kundelig. Du hast doch nichts getötet. Das war... Detektiv vielleicht. Das war... Beleidigung wird geahndet. Wer schießt denn hier? Sollen wir euch zu schießen, hier. Ah, Maru! Was denn? Das hat wehgetan, irgendwie. Da ist noch einer aufgeschlagen. Ja, warte mal kurz. Aufgeschlagen. Da ist da irgendeinem Teleporterhaus oben drin. Wie könnte ich den Gerät runterschubsen? Das frage ich mich auch. Und da war eine Mikrohle. Da ist... Ja. Ist Fisk geplatzt. Ach, Fisk ist geplatzt. Okay, das ist doch nicht Fisk. Fisk ist geplatzt. Fisk ist auch Deti gewesen. Nevermind. Der Ärmste. Aber die Leise ist... Ich seh sie nicht. Ich hab hier einmal runtergefallen. Ich bin ein Krenz. Das ist nicht so cool. War tatsächlich oben ein Aufzug. Tut ihm nicht leid. Er hat's genossen. Nee, das hängt auch schon wieder irgendwo jetzt. Was ist denn für komische Geräusche? Ich lauf. Als würde irgendjemand da trinken gerade. Wer wollte mich hier abfackeln? Weinerei ist das. Feuer spielt man nicht. Eben. Natürlich spielt man mit Feuer. Wozu ist es denn sonst da? Nur an Silvester. Maro, welche Leiche liegt da am roten Backsteinhaus? Und warum gehst du einfach rüber? Am roten Backsteinhaus? Ja, Maro, ist es. Max, da hatte ich immer meine DNA geklaut. Hallo, Maro. Ich kickere mich da oben gucken. Liquid. Was denn? Ich stehe hier neben dir. Ja, entweder du oder... Maro hat sich hoch teleportiert. Also beiden. So, ich stehe die ganze Zeit hier oben. Hä? Hä? Was? Was? Blitz-Lick mit Maro. Ey, warte, ey. Blitz-Lick mit Maro. Ja, nice. Gut. Hat jemand meine DNA gehabt? Rince hat mich quasi getötet, also. Liquid, hast du Maros DNA? Ich habe gar nichts mit Maro zu tun gehabt. Maro, wirst du denn... Du bist... Nein, Maro war oben. Ich glaube, du hast Julie gesehen. Ja, aber da steht Maro. Überall. Der Grenz, wie habe ich dich denn umgebracht? Ich wollte da gerade runtergehen und in dem Moment bin ich genau auf deinen Kopf gelandet und dann bin ich runtergefahren. Aber wer hat denn Kun dran getötet gehabt? Viel Spaß beim Hochfahren. Das war nicht so gut, ey. Kunar hat den Fehler erwischt. Kinass. Also quasi... Gibt so eine Überraschung. Dann ist dann Julie einfach über die Leiche rübergelaufen. Das wäre dann von mir merkwürdiger gewesen. Nein, ich hätte es gemerkt. Ja, irgendjemand ist auf jeden Fall einfach mit Leib hier rübergelaufen. Ey, Fisk, ihr werdet nicht mit Fässern gespielt. Ach du, man spielt nicht mit Fässern. Ich muss verruhen. Ich kann nicht zu. Das wäre ein Duell hier. Ah, Fisk kann... Ah! Ey, wer jetzt hätte die Mülltonne runtergekommen? Kunar, Fisk wollte mich sprengen. Ey. Warum wollte er das tun? Ah, schon wieder! Er hat gewartet, bis ich um die Ecke geguckt habe. Er hat gewartet, bis ich um die Ecke kam. Ich bin doch überhaupt nicht bei dir. Ja, ja, wo bist du hingegangen? Über der... Maru war das dann, oder sie? Was? Ne, Maru war das nicht. Das kam nicht von draußen. Das muss Fisk gewesen sein. Julie hat reingeschossen. Hat ich gar nicht. Julie, warst du das? Ich war... Nein, ich habe die Saat in den Lift gelegt. Ja. Ja. Ich habe gesagt, du bist klein. Achso, wir sind alle klein. Nicht nur du bist klein, Grants. Die kommen wieder, dann sterben wir. Ey, sag mal, Julie, was soll das? Julie. Bin heute schießfütig, darf ich? Geh doch hier durch, Julie, wenn du dich traust. Genau, hier durch. Nein. Ich glaube, sie fällt jetzt runter. Ich glaube, sie ist durch... Ich habe sie aus ihr denn reingeschubst. Und wie? Da ist geprobt, oder? Da liegt sie. Ups. Das war Maxi nur mal so fürs Protokoll. Oh, geil, hier ist die Tasse. Aber ich habe eigentlich... Was? Hier hinter lag die Tasse. Ich nur die Tasse liegt hier. Ich kann man sich verstecken, weil man so klein ist. Stimmt. Wieso verfolgst du mich eigentlich den ganzen Tag? Wen hast du da gerade runtergeschmissen, Fizz? Julie. Das hat sie jetzt aber auch nicht verdient. Au. Da bist du einer drin. Ich dachte gerade, ist halt jemand das Prop hier in der Kontrolle. Da geht es ja alles. Geht da auch noch jemand? Ach, fast. Warum bist du denn eigentlich tot, Liquid? Warum nicht? Das war ein Teleporter. Die ist durch den Teleporter gelaufen und dann runtergefallen. Wurde teleportiert. Wobei Maxi sie schon mal reingeschubst hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es wirklich war, weil ich habe eigentlich nur mit Linksklick geklickt. Mit der Prop, aber das hätte ich eigentlich sagen müssen. Dann hast du sie geschlagen. Warum schlägst du sie denn? Deswegen hatte sie Angst bekommen und ist weitergerannt. Das kann ich ja eh nicht für. Das ist ja dein Selbstmord gewesen. Ich sterbe. Nein, du hast ja geprügelt. Gewalt gegen eine Frau. Echt? Warum haben wir diese riesige Blut? Oh, da ist wieder jemand runtergefallen, oder? Wollte gerade sagen, was war eigentlich die Schlage hier. Ja, ist es Dalo oder nicht? Dalo hat gerade noch gelegt. Ich hänge hier fest. Ah, warte. Oh Gott, ich dachte gerade nicht. Ach, Dalo lebt noch übrigens. Ja, aber irgendeiner hat gerade auf dich geschossen mit einer Scout, oder? Ich weiß eh nicht. Wie doof ist das denn? Kannst du mich vielleicht schubsen? Hier ist Liquid, keine Ahnung. Wo ist das denn? Ich kann schon. Also ich glaube, Liquid hat auf jeden Fall geschossen. Ich weiß aber nur nicht auf wen. Kannst gerne meine Waffe haben. Jetzt dreht sich das Ding nicht mehr. Jetzt drehe ich mich. What the fuck? Wo dreht ihr euch überhaupt? Kürpfelein, Kürpfelein. Kranz, ey, du Shopping Queen. Ich brauche eine neue Waffe. Du hast geshoppt? Sieht super aus, Kontrad. Ja, ich kann es tun. Kontrad ist stuck. Stuck. Oh, hey. Oh, hey. Du hast es geschafft. Alles Noobs, ey. Ach, Maxi ist der Beste. Mach es ja einfach, wenn es geht. Wer schießt nicht jetzt, Konrad. Nee. Wenn du nicht Traitor bist, kommt man nicht rein. Wer schießt hier? Was sind denn für ein paar Geräusche, ey? Das habe ich auch gerade gedacht. Hier liegt Nils. Wo liegt Nils? Da, neben dem 8er-Hand. Also Maxi und Maru haben versucht, mich zu retten. Ich glaube, die sind gut. Vielleicht bist du auch böse und Maxi oder Maru gehört mit dazu. Weiß nicht, Fisk und Dalu schleichen da oben rum. Was macht ihr eigentlich da beide zusammen? Ich bin unabhängig. Dalu ist unabhängig. Bei den Leuten, die die Zweige da oben rumschleichen, außer Fisk. Franz, Fisk und ich sind hier oben. Okay. Das ist ein Dalu. Auf die ganze Zeit und hab die ganze Zeit geguckt. Oh! Amen, nicht O. Wahrscheinlich die beiden. Muss ich mal O nennen oder so. Dann ist man ja immer schuld nachher. Da, einer mit dem Bumerang tot. Also sind schon zwei Leute weg. Oh, Headcrap. Das könnte ich eigentlich sein. Da kommt einer. Der kommt. Maxi ist einer. Nein. Wo ist er? Lügner. What the fuck? Lügner, sag da. Da haben wir auf mich geschossen. Da unten rennt er. Er ist fast tot. Ich hab ihn. Ach, du bist es auch, Granz. Ist gerade eine Runde. Wieso stimmt? Hä? Selbst schuld. Halt, warte, Maxi. Hast du ihn jetzt gekillt? Er hat mich auf mich geschossen. Natürlich krieg ich ihn rennen. Ich hab so den letzten Bumerang gerade aufgehoben. Ich hab nämlich auch den Bumerang aufgehoben gehabt. Der runtergesiegelt kam. Er hat dann auf mich geschossen. Du bist das doch, oder? Aufgehoben gehabt, möchte ich das nicht hören. Du, Varun, Granz wahrscheinlich, oder? Ich nicht. Doch, ihr beiden lebt doch. Ihr lebt doch kein anderer mehr. Ja, und woher willst du dann wissen, ob wer anderes noch Trailer gewesen ist? Wer schießt das auf wen? Auf Maru, der gerade explodiert ist. Bin gefrogen. Explodierter. Ach da, hallo. Ich hab den gerade explodiert. Du hast einen Bumerang aufgehoben, ohne was zu sagen. Ja, natürlich, weil der gerade runtergefallen ist. Nur der Trailer würde nicht sagen, dass er den aufgehoben hat. Der ist vom Himmel gefallen. Hätte, hätte ich irgendeiner aufgehoben. Genau, wenn ich gesagt, der ist vom Himmel gefallen, hätten wir auch noch nie gekossen. Aber du bist so gestappt von Granz. Von mir doch nicht, Juli. Ja, natürlich nicht. Ich war doch nicht Traitor. Aber Maxi dachte, er war es. Lick da. Solche Leute braucht man, die dann den Mord einfach auf sich nehmen. Gibt's doch bestimmt irgendein Gangster-Wort für. Gibt's bestimmt wirklich. Ich wollte gerade sagen, gibt's doch genug von diesen Leuten, die hier bei Mafia-Bossen und so was die Schuld auf sich nehmen, damit der ... Wow! 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 Was ist das? Was ist das Mafia? Früher hast du immer geschossen, wenn man so Panik geschossen hat. Alter, Tal. Ja! Ja! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, ey, warum, wer wollte mich hier umbringen? Liquid? Oh, Friendship! Ich hab dir das Leben gerettet. Guck mal, Juli, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Man geht einfach hin. Und hier hat auch jemand gesüffelt, und da kam noch ne Leiche, der ist gerade in den Teleporter gegangen. Oh, Dalu ist tot. Wer ist denn gerade nach oben? Nils ist oben. Der ist ganz nah bei mir, verdammt. Hier ist gerade noch ne Leiche. Hier auf der Rampe. Die guck ich mir mal an. Nils hat ja gerade den Headcrack nach dir geschossen. Ja, easy. Fisk ist ja da am Schaffen oder was? Was? Nö. 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 Sondern? Komisch, der getroffen hat. Ja, der muss ja von da drüben aus dem Müllcontainerraum fast sein. Oder im Raum neben dir, Nils. Wo kam der Headcrap hin? Im Haus, da wo du gerade vorbei hochgelaufen bist. Wo ging der Headcrap hin? Äh, der ging dahin, wo diese Plattform hinfährt. Das kann Glück können. Was macht ihr eigentlich? Oh Gott, oh Gott. Ja. Ah. Naja, der stand hier auf dem Dach hier auch. Hätte der Lock dahin ziehen können. Dann setzen wir den auch verdächtig. Da lebt der sonst noch außer, außer uns vier. Wo kommt der denn jetzt her? Da ist irgendeiner runtergefallen. Hallo? Wo? Nicht bei den. Ah, scheiße. Ja, zwei müssen es sein, ne? Mhm. Da kam irgendjemand hin. Oh. Da ist jemand gestorben unten. Jetzt da oben. Das ist so ruhig. Wahrscheinlich ist es Fisk, weil der einzige ist den ich hier noch sehe. Hm? War doch gerade unter dir. Ich bin auch noch. Maru habe ich aber auch gerade gesehen. Ja, ich bin auch noch hier oben. Okay, dann sind wir vier. Zwei von uns sind es, Leute. Ich bin es nicht. Fisk. Nein. Ich hab doch. Das üben wir nochmal. Das üben wir nochmal. Maru der letzte. So. Da wo er hingehört. Wo ist Maru hin? Ja. Maru oder? Ja, ja. Maru. Da kam die Taure. Wo ist er? Weißt du das? Ja, der war hinten bei diesem kleinen Shoppen da. Könnte aber auch hinter dem langen Gebäude mittlerweile sein. Oh nein. Oh nein. Gut gemacht. Vielleicht bin ich da hoch. Oh nein. Woah. Oh nein. Wait. Wo ist er hin? Ich schleiche mich an, weißt du? Du mein AWP jetzt aufgehoben hast. Kann ich leider nicht. Kannst du nicht, noch ein Glück. Kann ich leider nicht. Versucht. Dann hol ich mir die Sachen wieder. Hast du dich grad hier? Da, du hast mich gehört. Ja. Hab ich auch gesehen. Ist dir jetzt ins Loch gefallen? Was? Wir sind 10 Kilometer um die Ecke. Tschau. Tschau. Spannend. Tagd觀眾.